Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal IK Invest zur nächsten Kurzanalyse. Heute wollen wir uns mal wieder zusammen den DAX anschauen. Ich hatte es ja im letzten Webinar schon angekündigt, weil wir da nicht mehr dazu gekommen sind, über den deutschen Lightning X zu sprechen, dass ich dazu eine Kurzanalyse erstellen werde. Und ja, tada, hier sind wir. Die nächste Kurzanalyse findet eben zum DAX jetzt statt. Und ich werde euch im Laufe dieses Videos wieder eine Möglichkeit vorstellen, wie ihr mit einem Discount-Put-Optionsschein eine potenzielle Seitwärtsredite von knapp über 120% PA erzielen könnt. Bevor wir starten, aber natürlich auch heute wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise und nochmal der Hinweis auf meinen YouTube-Kanal IK Invest. Solltet ihr diesen noch nicht abonniert haben, dann holt das doch gerne nach. Einfach bei YouTube nach IK Invest suchen und dann könnt ihr den YouTube-Kanal abonnieren und nicht vergessen, danach die Glocke zu aktivieren mit den entsprechenden Benachrichtigungen, damit ihr auch immer informiert werdet, wenn von mir ein neues Video hier auf dem Kanal veröffentlicht wird. Ja, gleich vorneweg. Der DAX ist ja in den letzten Handelstagen massiv angestiegen. Wir sind bis knapp unter die Marke von 19.500 Punkte geklettert. Das kam tatsächlich für mich auch sehr überraschend. Ihr habt ja in den letzten Kurzanalysen auch mitbekommen. Dass ich eher davon ausgehe, dass der DAX nochmal etwas zurücksetzen wird. Aber entgegen meiner Erwartung sind wir dann sogar über die 19.000-Punkte-Marke deutlich angezogen. Das lag natürlich an der Tatsache, dass eben in China ein Konjunkturpaket aufgelegt wird. Und dementsprechend kam es dann zu einem Kursfeuerwerk in Asien insgesamt. Und das hat natürlich auch dann dazu geführt, dass eben die Indizes weltweit davon profitieren konnten. Zumindest viele. Und dazu zählt dann natürlich auch entsprechend der DAX, der dann entsprechend deutlich anziehen konnte. Eben aufgrund der Tatsache, dass natürlich auch viele Unternehmen aus dem DAX in China aktiv sind. Und das hat natürlich dann entsprechend zu dieser deutlichen Aufwärtsbewegung geführt. Aber ich sage es nochmal, für mich sehr überraschend, dass dann eben der Markt über die 19.000-Punkte-Marke angesprungen ist. Aber es geht jetzt auch jetzt eben wieder mal darum, trotzdem sich den Markt objektiv anzuschauen und zu sehen, in welche Richtung könnte man aktuell investieren. Zumindest kommt der Markt jetzt gerade zur Stunde etwas zurück. Die Autobauer insgesamt in Europa stehen ja unter Druck. Auch die deutschen Autobauer, da gibt es ja eine Hiobs-Nachricht nach der anderen aktuell. Und dementsprechend ist natürlich auch mal wieder etwas Druck im Markt. Aber wir sind natürlich knapp unterhalb des Allzeithochs weiterhin. Nichtsdestotrotz könnte es sich anbieten, hier eine neue Short-Position aufzubauen. Warum? Ich werde zumindest weitere Discount-Puts in mein Portfolio kaufen, weil wir eben sehen, dass zumindest mal bis Ende Oktober die klassische Saisonalität jetzt weiterhin nicht anzeigt, dass der Markt sehr stark weiter ansteigen sollte. Wir sehen dann so ab November in etwa einen massiven Aufschlag. Zumindest mal, wenn man sich die klassische Saisonalität anschaut. Aber wir schauen eben zudem noch auf den vieres Wahlzyklus der USA und insbesondere auf die US-Wahljahre. Wir haben ja dieses Jahr in den USA ein Wahljahr in den USA und wir sehen eben im Oktober bis in den November hinein, soll es tendenziell korrigieren. Wenn wir das Ganze also jetzt kombinieren mit der klassischen Saisonalität, die ja bis Ende Oktober eher seitwärts gerichtet ist, aber das in Kombination mit diesem US-Wahljahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit zumindest leicht erhöht, dass wir im Oktober fallende Notierungen sehen könnten. Wir haben schon bei den letzten Videos immer wieder darüber gesprochen, ja, bisher ist das nicht eingetreten. Wir haben zwar übergeordnet, über einen längeren Zeitraum auch diese Seitwärtsphase gesehen, die wir ja in der klassischen Saisonalität wie auch hier in den US-Wahljahren erkennen konnten. Aber mit dem Sprung über die 19.000-Punkte-Marke ist das zumindest jetzt kurzfristig mal, ja, sind wir aus dieser Seitwärtsrange nach oben ausgebrochen. Sollten wir unter die 19.000 nochmal zurückfallen, dann wären wir wieder in dieser Seitwärtsphase. Und ich gehe aktuell eben aufgrund dieser beiden Vorfilter davon aus, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht nochmal unter die 19.000-Punkte-Marke abtauchen werden. Vor allem eben auch, weil diese US-Wahljahre bis in Oktober hinein, deutlich in Oktober hinein nochmal abwärts gerichtet sind. Schauen wir als nächstes noch auf den CNN Fear and Greed Index, also auf den Angst- und Gierindex. Da sehen wir eben auch, dass jetzt die Marktteilnehmer wieder sehr gierig sind in den USA. Und das als Kontraindikator zeigt ebenfalls an, dass die Short-Seite zu favorisieren sein könnte, auch kurzfristig jetzt zu favorisieren sein könnte. Dementsprechend werde ich eine neue Position aufbauen, aber auch hier wieder mit einem entsprechenden Puffer. Ihr wisst ja, dass ich immer Discount-Optionenscheine raussuche, zwar nicht immer, aber zum Großteil, die sich deutlich im Geld befinden. Und genau so habe ich das diesmal auch gemacht, und zwar die WKN MG9Y7R. Die werde ich natürlich unterhalb dieses Videos auch wieder in die Beschreibung kopieren. Und in diesem Falle haben wir einen deutlichen Puffer nach oben, denn wir haben hier einen Basispreis bei 20.700 Punkten und einen Floor bei 20.200 Punkten. Also auch diejenigen, die sagen, der Markt könnte vielleicht noch auf neues Allzeithoch ansteigen, aber bei spätestens 20.000 sollte dann Schluss sein. Auch diejenigen könnten mit diesem Produkt dann eben noch einen Gewinn erzielen. Sofern der DAX am Ende der Laufzeit, und das ist hier der 15.11.2024, also jetzt auch nicht so lange gewählt, die Laufzeit, sofern der DAX unterhalb von 20.200 notiert, kommt es zu der maximalen Auszahlung bei diesem Produkt von 5 Euro. Aktuell kostet dieses Produkt 4,38 Euro. Ihr seht ja auch wieder, es wird ein Geld- und ein Briefkurs gestellt. Sollte also der DAX jetzt in den nächsten Handelstagen und vor allem im Oktober etwas unter Druck kommen, dann wird dieses Produkt natürlich tendenziell an Wert zulegen und dann werde ich es sehr wahrscheinlich auch vorzeitig wieder verkaufen. Also mein Plan ist es aktuell nicht, es bis zum 15. November zu halten, sondern eben jetzt vor allem darauf zu spekulieren, aufgrund der klassischen Saisonalität, die ja bis Ende Oktober seitwärts gerichtet ist, und dem US-Wahljahr, wo wir ja gesehen haben, dass es bis in den Weiten, bis in den Oktober hinein nochmal korrigieren sollte, plus eben der Zatsache, dass wir jetzt auch vom Sentiment im sehr greedy Bereich wieder sind, gehe ich davon aus, dass wir eine Korrektur sehen werden. Und sollte das eben der Fall sein, dann wird dieses Papier auch vorzeitig wieder rausgenommen. Aber das Auszahlungsprofil bezieht sich immer auf das Laufzeitende, weil wir hier eben verschiedene Faktoren haben, die in diesen Preis reinspielen, zum Beispiel die Laufzeit, zum Beispiel die Volatilität und natürlich auch die Bewegung des DAXes. Sollte aber der DAX am Ende der Laufzeit, am 15.11. unterhalb von 20.200 notieren, dann habe ich ja eben schon gesagt, kommt es zu der maximalen Auszahlung von 5 Euro. Wie kommt man da drauf? 20.700 minus 20.200, da ist ja unser Floor bzw. unser Cap. Dann würden wir eben 500 Punkte Differenz haben, wenn wir darunter notieren, und dann 500 Punkte mal den Bezugsverhältnis von 0,01, kommen wir also auf einen Preis von 5 Euro. Sollten wir am Ende der Laufzeit oberhalb von 20.700 notieren, dann verfällt das Produkt wie ein klassischer Put-Optionsschein wertlos, und zwischen Basispreis und Floor wird der innere Wert bestimmt und dann kommt dieser entsprechend zur Auszahlung. Also nehmen wir mal an, der DAX notiert dann bei 20.300, dann würden wir also rechnen, 20.700 minus 20.300 sind 400 Punkte Differenz, mal den Bezugsverhältnis von 0,01, hätten wir also auch hier einen Preis von 4 Euro, den wir dann ausgezahlt bekommen würden. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, der DAX läuft seitwärts bis abwärts gerichtet, wovon ich aktuell ausgehe, dann würde das einer Seitwärtsrendite bis zum Laufzeitende von etwas über 15 Prozent bedeuten, oder eben eine PA-Rendite von über 120 Prozent. Das zeigt natürlich auf der anderen Seite wieder, es ist ein spekulatives Produkt, denn, ich habe es ja eben schon gesagt, sollte der DAX am Ende der Laufzeit oberhalb von 20.700 notieren, dann verfällt dieses Produkt wertlos. Jetzt habe ich hier nochmal den DAX-Chart und habe dazu auch diesen Discount-Put eingezeichnet, und zwar hier oben in der obersten gestrichelten Linie, da sehen wir den Basispreis bei 20.700 und darunter bei 20.200 den Floor. Also, sollte der DAX von jetzt an seitwärts laufen, sollte er fallen oder sollte er sogar steigen? Sofern wir am Ende der Laufzeit unterhalb von 20.200 notieren, kommt es eben zu dieser maximalen Auszahlung. Also, wir haben jetzt einen deutlichen Puffer nach oben und das Produkt läuft ja jetzt nur noch anderthalb Monate, also jetzt auch nicht so lang die Laufzeit. Dementsprechend, ja, ist das schon eine gute Möglichkeit, meiner Meinung nach hier einen kurzfristigen Trade zu eröffnen. Aber ich habe es jetzt eben schon mehrfach gesagt, sollte jetzt wirklich der DAX dann auch in den nächsten Handelstagen wieder korrigieren und Richtung 19.000 Punkte laufen, dann wird dieses Produkt natürlich tendenziell an Wert zulegen und dann kann es eben auch gut sein, dass ich vorzeitig wieder aus diesem Trade auch aussteige. Meine Kursziele sind zunächst einmal diese 19.000 Punkte und sollten wir dann da runterfallen, dann hätten wir einen Fehlausbruch nach oben gesehen, dann werden wir wieder zurück in dieser Seitwärtsphase, die wir übergeordnet schon seit einiger Zeit gesehen haben und dementsprechend werden meine nächsten Kursziele dann bei 18.800 in etwa, 18.550 und danach die 18.200er Marke bis 18.000 etwa. Aber zunächst einmal wäre es wichtig, für die Short-Seite zumindest, dass wir wieder unter die 19.000 Punkte Marke zurückfallen. Also, ich hoffe, euch hat auch diese Kurzanalyse wieder gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar, wie ihr die Situation momentan einschätzt beim DAX, ob ihr eher denkt, wir springen auf ein neues Allzeithoch an oder geht ihr auch davon aus, dass der Markt wieder etwas zurücksetzt und eventuell sogar wieder unter die 19.000 Punkte Marke fallen könnte. Ich werde diesen vorgestellten Discount-Put gleich auch in verschiedene Depots von mir reinkaufen und zum Abschluss nochmal der Hinweis auf die neue Kooperation mit Smart Broker Plus. Wenn ihr dort noch ein Konto eröffnen möchtet, um eben einen potenziellen Bonus von 3.000 Euro zu halten, dann findet ihr den Link zur Landingpage auch in der Beschreibung. Und als kleines Schmankerl hatte ich ja vor einiger Zeit noch eine neue Telegram-Gruppe eröffnet, um dort eben aktiv zu handeln, damit man möglichst eben auf diese Schlagzahl kommt, der vielen Trades, um den Bonus zu halten. Schaut euch einfach mal die Unterseite an und wenn ihr dann auch hier mitmachen wollt bei dieser Telegram-Gruppe, dann schreibt mir einfach eine E-Mail an ingma.ik-invest.de mit einem entsprechenden Nachweis und dann nehme ich euch gerne in die Gruppe auf. Ich sage aber direkt dazu, die Gruppe wurde natürlich schon gestartet, es wurden schon viele Trades getätigt, aber da kann man natürlich auch nochmal dazukommen, um zumindest einen Eindruck davon zu bekommen, wie man so kurzfristig auch relativ viele Trades tätigen kann, um dann möglichst diesen Bonus von bis zu 3.000 Euro zu erhalten. Und wenn man in Anführungsstrichen nur 500 Derivate-Trades macht, immerhin immer noch 1.500 Euro Bonus und bei 200 Trades 500 Euro Bonus. Also das kann man sich auf jeden Fall abholen und wie gesagt, meldet euch dann einfach per Mail, wenn ihr dort dabei sein wollt. In diesem Sinne, ich würde mich auch heute über einen Daumen nach oben wieder von euch freuen und jetzt wünsche ich euch weiter, findet viel Erfolg mit euren Trades und bis zur nächsten Kurzanalyse.